Musik Kennen Sie das? Ein neues Semester hat begonnen und vor Ihnen liegt ein Stapel von Studienbriefen. Und meist auch noch ein zweiter Stapel mit Zusatzliteratur rund um Ihr Thema und das Modul. Welcher im Laufe des Semesters meistens wächst. Und sicher haben auch Sie schon viele B- und R-Arbeitungstechniken und viele Tricks ausprobiert. Sind aber vielleicht trotzdem noch auf der Suche nach einer effizienten und einfach einzusetzenden Unterstützung dafür? Diese Unterstützung leistet eine gute Literaturverwaltung. Frühzeitig im Studium eingesetzt und gepflegt, leistet sie wertvolle Unterstützung. Vom ersten Erarbeiten der Studienbriefe für Ihre Klausuren bis hin zur Hausarbeit und Bachelorarbeit. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.